schon aufgefangen äh, pass auf, kommt! Ui, mental voll weg mit den Feen schmeiß du in die obere Kiste rein oder in die Void-Chaste, da ist ne Void-Chaste dabei wie sieht das sekelhaft aus? ein Jet-Pack ist an Ui, hab er hochgeflogen, gleich ist er noch rein ja, da sitzt du da unten gammeln so, Loch wieder zugemacht hast du das Holz gehabt, oder was? ja, danke danke jojo du brauchst dich da unten versauern ehrlich? ich komm ja grad zu gar nix, ne? nicht nö ja, du willst was machen und dann kommst du da wieder nicht zu ne, ich werd immer zu sehr abgelenkt ich brauch noch mehr mehr, 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 mehr 1, 2, 3 bei ihm ist das bei mir normal so willst du erst craften und dann so och nö ja, irgendwann seid ihr viel weiter als ich und der Johnny sowieso ja, Johnny ist weiter mhm so ja, sobald man alles hat, dann gehts immer noch schneller und noch nen Tacken schneller und noch nen Tacken schneller ja ist dann aber normal nö 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 Toll. Jetzt sind meine ganzen ganzen Kisten kaputt hier, da kannst du wieder durchsuchen, wo alles ist. Ja, cool. Geil. Geil. So ist es geil, ehrlich. Geil, geil. Geil, geil, geil. So ist es immer geil, geil. Ich glaube, du erschlägst mich gleich, wenn ich alles zusammen geköftet habe. Ja? Oh, ich glaube mal schon. Du bist der dämliche Übertreiber. Nee. Ich übertreibe kein einziges Stück. Weiß gar nicht, wie viele Kartoffeln ich habe. Warte, mach. Habe ich echt so wenig Holz geproult? Oh, es geht. Komm her, hier. 11 Stacks Kartoffeln habe ich die letzte Zeit gebrannt. Geht noch. Ne, ich habe zu wenig Holz gefarmt. Armer Junge. Aber mein Inventar war ja so schnell voll. Nein, ich brauche noch Refine-Glases. Nein. Brauchst du das? Oh, da habe ich noch einen Stack von. Geil. Habe ich da noch mehr von? Zack. Chunks. Zack. Zack. Reicht das? Natürlich nicht. Reicht nicht. Toll. Bei mir gerade auch nicht. Zwei davon. Die brauche ich. Die brauche ich. Die brauche ich. Die brauche ich. Und die brauche ich. 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 macht das wieder bumm? ja, wenn ich das schon wieder bumm macht können wir nicht schlafen gehen? nö lieg! bin grad am kraften kann gleich, muss ganz kurz warten ja, ich lieg im bett so, ein ganzes stack, wer wird denn schon mal fertig? ganz kurz ein stack ist klar, kostet aber auch nicht viel, ne? holz und... holz und glaube ein sled, ne? holz und schlepp die, schlepp's sonst hab ich kein Gehübe mehr darfst du ein bisschen haben ja will ja mal nicht so sein ne? cool nimmst du eh, ich weiß ja, klar dafür kenn ich dich viel zu gut ja, cool freut mich freut mich freut mich freut mich mich auch freut mich ein kohlschung ach, die dinge hab ich schon hier oben hast du schon hier? warst du schon hier? ja guck mal, hier bin ich doch Hallo. Warte. Hallo. Achso. Ja, ich war am Kräften. Kann was aufgesammeln von dir? Ne. Ne, nicht offen. Sonst hättest du die Coal Chunks aufgehoben. Achso. Dann hätte ich gesagt. Ja, ich brauch genau die ganzen Coal Chunks. Ja, deswegen hätte ich gesagt. Okay, Iridium Platten? Nein, Iridium Platten. Nein. Evance Eloy. Nein. Hab ich so wenig von. Nein. Das brauch ich gerade nicht. Oh, das auch nicht. Das auch nicht. Hab ich noch genug? Waren das nur Iridium Platten? Nein. Schwachkopf. Flash. Scenarium Plates? Okay. Boah, erstmal mach ich mir wieder so ein Dirk-Table. Fünf. Sechs. Achja. War ja einfach. Stimmt, ja. Weiß wieviel Ultimate Hybrid Solar Panel ich gleich hab? Ne. Auch einige. Ultimate? Ja. Sheetan. Ne. Alles in Aufnahme. Alles in... 45 Minuten. Sheetan. Ja, ein bisschen mehr als 45 Minuten. Fast eine Stunde hab ich dafür gebraucht jetzt. Sheetan. Was geil ist, ich hab ja schön viele Truhen, weil ich die immer mitgenommen hab. Irritimal. Aber auch alle überall verteilt. Ja ich sag's, so sag ich nix. Was? Ach, ist ja ruhig. Egal, wenn das System schäht, dann brauchst du nix mehr sortieren. Ne. Aber das heißt erstmal alles so einspeichern und schälen, ne? Ja. Was auch ein bisschen Arbeit. Aber... Egal. Wird schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das wird schon. Ich muss mal was... Ich werd auf jeden Fall was versuchen und zwar diese Work Table. Ja. Ob man die vielleicht auch damit anschließen kann. Welche Work Table? Ja, wo du das drin speichern... wo du mehr drin speichern kannst. Äh... Meinst du jetzt die ich hatte, oder? Nein, die normalen Work Table. Die normalen Work... Ach diese... ach so die... Ne, glaub ich nicht. Da musst du ein Rezept auswählen, meinste. Das dann. Ja, ne? Diese Speicher Work Tables, ne? Ja. Ne. Da musst du, glaub ich, das Rezept dann angeben. Intern. Ja. Dann würde es, glaub ich, funktionieren. Müsste man aber ausprobieren. Beziehungsweise ausprobieren, aus welche Richtung der annimmt und wo man rausgeben kann. Ja. Deswegen meine ich ja. Muss man einfach mal probieren. Ja. Ob das funktioniert. So. Zack. Und noch Bücher. Ja. 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 Ehrlich? Das ist so nervig. Ja. Ich weiß. Weiß gar nicht, wie weit meine Folge gespeichert von, äh... The Achievements. Oh. Meine sind noch. Sind noch gut. Bei mir sind sie dann da und weg. Einfach ein Kilometer mit der Eisenbahn. Ja. Das wird bald irgendwann passieren, vielleicht. Bei mir sind die immer komischerweise weg. Mhm. Ja, die... Ne, die EC2 sind bei mir weg immer. Und die von... By I'm So Plenty. Ja. Ja. Cool. Also Minecraft rein speichert der bei mir grade. Mhm. Na ja, hab ich keinen... Kein Zuckerrohr. Und zwei Johnny. Ja. Und ich mir da auch mal weg. Johnny mal wieder beklauen. Nö, hab ich da jetzt mal rausverguckt. Ja, kann Johnny mal beklauen. Macht man ja gerne. Alter, das ist ja... Das ist ja geil. Ach ja. Ja. Ähm. Iridiumplatten. Jo, hat er. Ich hab so wenig Material jetzt wieder. Yeah, ein Wunder. Äh. Wie viel brauch ich denn? Neun. Ich mach mir gleich erstmal ein... Ein... Ein halbes Solarpanel. Mehr komm ich grad nicht zu. Dafür kriegst du Fä... Kannst du Spider haben. Ne, Federn. Ne. Pfeile. Zwei. Drei. Boah, ab und zu lecker. Ja, das ist aber bei Johnny normal. Ja. Das haben wir doch schon rausgefunden. Wenn man auch übertreibt, ist der normal. Na, wir übertreiben doch gar nicht. Nein. Zack, zack. Ähm. Eins, zwei, drei. Ach egal. Eins davon. Eins, zwei, drei. So. Zack. Manchmal erstmal zwei Stück gemacht. Boom. Ja, weiß ich noch alles. Ich muss ja noch einiges craften dann. Ja. Die Sache mit dem System geht's glaub ich zack, 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 schneller. Zack, zack. Zack. Wo ich aber erstmal... Mein Nase. Panel. Kratz, 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 kratz. Kann schon rein. Kratz, kratz, kratz. In dem gleiche Jahr schon ne Stündchen schon wieder aufgeht. Einfach viel zu lange. Tütt, 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 tütt. Tütt, tütt... So. Dann kann ich mir nämlich jetzt ein Bücherregal aufstellen. Tütt, 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 tütt. Weil in der Zeit... Tütt, tütt, tütt... thế, were schon so bescheuert. Och, warte mal. Krieg ich nicht... Ja, da bräuch ich auch Iridiumplatten für und ne, Soheum. das Fleisch ist so blöd und wie krieg ich die? die könnt ihr nicht so machen da brauch ich Carbonplatten ach du ahnst es nicht krasse Beats krasse Beats oh ja 64 doll ja komm ich mach das mal so noch Carbonplatten dafür brauch ich doch haben wir noch genug hier 1 2 3 1 2 3 ups das ist aber ein bisschen viel zack na ja 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 was denn nix 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 denn jy nix 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 n'ix nix 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 s ja gut du kannst dann seckweise das ding rausnehmen naja was hast du denn da für ein holz oder so schnell auch gut sieht bei mir so ein bisschen dunkel aus ja ja guck mal jetzt auf dem platz 2 ja sehe ich ja ja weil du keine kein holz mehr hast und keine slabs meine güte schnell das sind eigentlich speichert auch so sowas ja ich glaube die können steuerbar sein muss ich gucken da muss ich gucken du bist von johnny 800 blöcke entfernt meine güte ich bin mal von johnny gerade glaube ich 300 blöcke oder 400 468 ich will mir auch nicht so nahe haben ehrlich warum bloß wenn du zu viel scheiße baut nein das leckt nur das du ja immer ja das wenn du zu viel scheiße baut ach komm hier machst du gleich das hier fertig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kann ich das nämlich fertig machen du brauchst es ja 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 da war das ne da war das drin ach ja ach ja snee 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 magst du snee magst du snee 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 sie mache ich mir denn die black Miriam herrl und mag uns die ob ich dann Bücher und wenn ich die nochmal rein mache dann mache ich mir da... vespec 腹 uch durch withdvi so Last tank Dankeschön machen mit dem anderen verdämpfen schon mal bücher herstellen das was ich auch vorne drin habe ich sag doch du hast Schlange warte moment nein ok warte